Das entscheidet sich jetzt mit dem letzten Starter im German Master in diesem Jahr, Harry Charles mit Aralyn Blue. Ja und immer dann, wenn der Reiter vorher nochmal gezeigt hat, dass die Zeit des Führenden schlagbar ist und wenn der Reiter vorher auch nochmal so ein kleines Mittel mit auf den Weg gegeben hat, wo vielleicht noch ein paar Zehntel übrig geblieben sind von der Zeit von Steve Gerdar, dann ist das nicht nur eine Motivation, dann ist das auch ein kleiner Erkenntnisgewinn, den er jetzt mit all seiner Routine trotz seiner jungen Jahre umsetzen wird. Harry Charles und Aralyn Blue. Nämlich genau hier bei der Landung direkt den Fluss vorwärts weiterzuführen. Und die sechs Galoppsprünge zu machen. Achtung. Und hier zu warten. Und dann nochmal den Fluss durch die Linkswendung zum Ochser mitzunehmen. Oh. Und neun Galoppsprünge braucht er jetzt zum Steil. 35-3-1 von Steve Gerdar werden geschlagen und Harry Charles gewinnt den German Master. Ja. Oh, war das stark. Harry Charles hat einfach alles richtig gemacht. Und genau die Erkenntnisse, die er von Philipp Schulze top-off gewonnen hat, vielleicht durch seinen Ritt auch zuvor, zu 100 Prozent mit Aralyn Blue umgesetzt. Der neue German Master bekommt hier die Anerkennung des Einzel-Europameisters, den er geschlagen hat. Harry Charles auf Platz 1 mit 35,02 Sekunden vor Steve Gerdar mit 35,3-1. So knapp war es am Ende. Penelope Le Prévost mit 37,01 auf Platz 3. Und Philipp Schulze top-off hätte sogar auch die Zeit von Harry Charles noch gehabt. Schnellster Vierer und Philipp auf dem vierten Platz. Vor Pius Schwitzer, Alain Juffer, dann Patrick Stühlmeier, Hans-Dieter Dreher, Marco Kutscher, Rick Hemmerich, Scott Brash und Kevin Jochems haben uns allen Teilen einen sehr unterhaltsamen, späten Freitagabend beschert im German Master 2023. Und das ist ja erst der Auftakt ins Wochenende. Morgen Abend zu Primetime auch nochmal ein internationales Top-Spring über 1,55 Meter. Und am Sonntag selbstverständlich der Weltcup von Stuttgart. Für heute dürfen wir Ihnen noch die Siegerehrung anempfehlen und vielleicht noch ein bisschen die Stimmung mit nach Hause transportieren hier aus Stuttgart. Zu Ihnen über Klippner Horse. Wirklich freuen wir, wenn wir uns dann morgen wieder hören. Morgen Vormittag zu einem der internationalen Rahmenspringen. Und morgen Abend vielleicht dann zum Top-Springen des Tages. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bleiben Sie den Pferden treu. Bis morgen.